Die Behandlung der Halsfalten ist ein häufiges Problem und viele Frauen klagen auch darüber. Wir führen hier diese Behandlung sehr häufig durch, auf eine ganz natürliche Art und Weise schmerzfrei. Das kann man auch relativ gut erkennen, denke ich, hier bei der Behandlung, dass die Patientin nicht mal einen Zucken aufweist. Das Ergebnis wird noch besser werden nach 10 Tagen und falls notwendig, werden wir hier dann noch eine Hialuronsäurebehandlung anschließen. Untertitelung des ZDF, 2020